Astronomie In der Astronomie ist der Radius eines annähernd kugelförmigen oder eines als kugelförmig annehmbaren Objekts eine Kennzahl für einen typischen Abstandswert von dessen Mittelpunkt zu dessen Grenzfläche. Die Grenzfläche ist nur bei wenigen Typen von astronomischen Objekten durch die Natur des Objekts eindeutig definiert. Bei den meisten Objekten muss die der Radiusangabe zugrunde liegende Grenzfläche anhand anderer physikalischer Parameter definiert werden. Und es können für ein Objekt somit je nach Grenzflächendefinition verschiedene Radien angegeben werden. Ähnlich kann für scheibenförmige Objekte mit einer definierten Umfanglinie ein Radius angegeben werden. Beispielsweise für Galaxien- oder Planetenringsysteme. Der Radius ist ein Misswert, wenn die Entfernung des Objekts bekannt ist und dessen scheinbare Größe hinreichend genau gemessen werden kann. Dies ist beispielsweise für die größeren Objekte des Sonnensystems und für zahlreiche Galaxien der Fall. Ansonsten kann für viele Objekte ein Radius aus anderen Gemma-Szenenwerten hergeleitet werden. Siehe auch effektiver Radius, Erdradius, Sonnenradius.